Freiheit und Verantwortung gehören für mich untrennbar zusammen. Gerade jetzt auf dem Weg aus der größten Krise, die wir seit Jahrzehnten erlebt haben. Von einem meiner Großväter habe ich zwei Dinge geerbt. Eine starke Sehbehinderung und wie man damit umgeht. Er hat alles ausprobiert, was er damit machen konnte. Und das war deutlich mehr, als viele gedacht haben. Mit genau dieser Einstellung packe ich auch persönliche und politische Herausforderungen an. Herausforderungen wie zum Beispiel die Klimakrise und den demografischen Wandel. Daraus ergeben sich für uns Chancen und Risiken. Ich setze mich für eine Politik ein, die mit Risiken verantwortungsvoll umgeht und mehr Freiräume dafür schafft, Chancen zu verwirklichen. In meinem Beruf beschäftige ich mich seit Jahren mit Innovationen in der Industrieproduktion. Und da passiert unglaublich viel. Bei uns, aber gerade auch in anderen Ländern. Und da dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. Das erreichen wir, indem wir mehr Freiräume für Bildung, Wissenschaft, Unternehmertum und Kreativität schaffen. Dann wird es uns gelingen, nachhaltigen Wohlstand zu erarbeiten für ein soziales und gutes Miteinander. Für Menschen aus allen Generationen und unterschiedlichster Herkunft. In ganz Deutschland und hier bei uns in Mannheim. Mein Name ist Konrad Stockmayer. Ich bitte Sie bei der Bundestagswahl am 26. September um Ihre Stimme für die Freien Demokraten und um ihr Vertrauen.